Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. So, ja, hätte ich dann gerne, aber vorher müssen wir natürlich da noch ein wenig weiterkämpfen. So, wir wollen... Ja, machen wir einfach mit ihm hier weiter. So, weiter. Monsterjagd, das war ganz gut. Wir jagen das nächste Monster. Ihn haben wir besiegt. Maugor. Suduga. 16 Kreise. Uh. Okay, so, los geht's. Unser zweites Spiel. So, wir schauen mal. Hier, Lagerhaus. Ja, super. So, wir haben dann Arbeiter. Toll. Oh, 200 Holz. Tja, schauen wir mal. Also, 160, 160, 140, 120. Wow. Okay. Okay. Gut, dann werden wir wohl oder übel uns hier ein paar holen. So. Dann noch ihn. Wie viel kostet er eigentlich? 150. Wahnsinn. So, dann holen wir uns die. So, ein Turm und... Okay. So, wir schauen mal. Ja, vielleicht stirbt noch einer, aber das muss so sein. Oh, der nächste. Oh, oh, oh. So, und gut ist es. Das Gebiet gehört dir. Also dir, in dem Fall mir. So, vier sind das vier, ich hoffe. Da, 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 dann setzen wir noch einen her. So, hi. Gut, wir haben zwei Kreise, das reicht uns, oder? Hö. So, den da oben hätte ich gern. Da gibt es schöne Blaubeeren. Oh, es ist sonf. So, erobern wir das gleich? Ich würde schon sagen. So, aber bevor wir das erobern, so, er hier muss trainieren. So, wo sieht man ihn? Ah, da unten. XP 35. Super. Neu-Stufe Großritter. Toll. So, der Großritter muss mal mitkommen. Da, da, da. Da, da, da. Super. So, dann er, er braucht 150 Nahrung. Okay. So, die brauchen 200 Holz. Ja, gut. So, wir holen uns die Monster da oben. Eingreif. Super. Da, da, da. Da, da, da. Na bitte, läuft doch. Wunderbar. Hi. So. Dann stellen wir uns einmal mit denen da her. So, und dann werden wir die da nachher. Was sind das? Ein Axtwerfer. Okay. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. So, die müssen Sachen holen. Was ist denn das da? Holz, hoffe ich. So, wir haben hier einen Hemmerer. Oh, Bogenschütze. Jetzt geht es aber los. Ja. So, Bogenschütze braucht 100 Holz. Okay. Hier haben wir vier, fünf. Hier haben wir, ah, das setzt man ihn dazu. So, und da setzen wir auch einen dazu. Okay, wir setzen zwei dazu. Ich will nicht so sein. Oh, Bogenschütze. So, oh ja. Ein Heiler. So, der kann dabei heilen. Den da sollte er heilen. Den einen da. Und das macht er auch ganz brav. Oh, da bin ich, da bin ich zufrieden mit ihm. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, damit wir weiterkommen, alle auswählen und Angriff. Dö, 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 dö. Ja, super. Da, da, da. Da, 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 da. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die kommen da her. Da kann man eh nicht drüber. Das heißt, alle hier her. Da sammeln wir alle. So, hier möchte ich gerne, eins, zwei, drei, vier, fünf Bauern. Nein, ich bin bereit. Das ist schön. So, dann würde ich auch sagen, wir setzen Kürbis. Hm. So. Das ist gut. So, was haben wir für Sachen? Nahrung. Nahrung. Super. So. Jetzt ist gut. So, wir haben vier Ringe von 16. Hm. Hm. So, 140, 160, 140. Okay, ich würde sagen, nachdem wir hier eine Mauer haben und hier eine Mauer haben, holen wir uns das hier. Ja. So, wir gehen da rüber. Dö, 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 dö. Haben wir da überall Arbeiter? Ja, haben wir. So, und wir greifen an. Wir beginnen mit ihm hier. Oh, die ganzen Axtwerfer da. So, weg mit ihnen. So, ja, ist nächster. Genau, und dann noch ihn. Sehr gut. So, alle hier her. Ich brauche vier Arbeiter. Waren wieder fünf. Okay. So, ein Ritterchen. Dann hätte ich gesagt, nehme ich auch Axtwerfer. So, rote Drache. Vier tausend Holz. Ja, ma. Vier tausend Holz. So, ähm, ein Türmchen. Ein Türmchen eher. Kann niemand verwehren. So, dann. Da ist eh zu. Da kommt eh keiner mehr rein. Da auch nicht. So, dann würde ich sagen, äh, 920 Banditen. Aber da wird es nicht weitergehen. Das sollten wir uns auf jeden Fall holen, das Gebiet. Okay, aber das wird nicht leicht. Jungs, das wird eure größte Herausforderung. So. So, hier. Super. Der nächste. So, dann hier. Nein, der Turm ist gleich kaputt. Nein, der Turm. Oh mein Gott. So, dann hier die Festung. So, der Kreis gehört dir. Also, uns. Uns beiden. Dir und mir. Super. So, da haben wir noch immer die vier Arbeiter. Also, fünf eigentlich in dem Fall. So, da stelle ich jetzt dazu auch fünf. So, Monster. Da Feind. Feind. Und da oben kommt eh keiner rein. Würde ich schon einmal sagen, ist ganz gut. So, wir beschäftigen uns weiter mit der Monsterjagd. Wir wollen ja das Monster finden. Tja, was haben wir da? Böse Fische. Fisch Nahrung. Und da böse Nixe. Okay. Böse Nixe. Zauber. So, was haben wir da? Eine Bank. Toll. Wie bauen wir uns? Eine Bank. Eine Bank. Da, da, da. Eine Bank. Eine Bank. So, das, das. Und dann können wir nochmal das bauen. So, was haben wir da? Ein Feuerturm. So, den bauen wir da her. Warum? Weiß ich auch nicht. So. Ja, ich werte die Armee nicht auf. Wir greifen im Morgengrauen an. Da, da, da. Boah. 800, 900. Super. Es geht um die Herausforderung. So, ja. Genau. Und dann da noch. Super. So, lauter tote Nixen. Auch fein. So, dann. So, die können ein Stein fischen gehen. So, da bewegt man sich ganz langsam offenbar. So, dann würde ich sagen, das hier, das fehlt so. Weil dann haben wir die alle in einer Linie. Ja, die hellen schon brav. So, was stellen wir dazu? Dann würde ich sagen, den Hemmerer. So, so einen Reitschützen können wir auch hin tun. So, was können wir da noch bauen? Ja, Feuerturm im Wasser ist immer gut. So. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Nein, nein, nein. So, wir gehen hierher. Feindgebiet. Los. Dadada, 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 dadada. So, sehr schön, sehr schön. Ja, ihn auch noch. Und den Turm. Ja, wunderbar, wunderbar. So. Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, die greifen an. Oh, die greifen tatsächlich an. So, dann holen wir uns die mal. Wow. Oh, die sind aber mutig. Die sind aber mutig. Machen da den direkten Ausfall. Ja, das sollten die nicht tun. Das sollten die nicht tun. So, er hoffe, ich werde so von alleine getötet. Von den hungrigen Fischen. Genau, und da, dadada, da. Ja, er. So. Ja, dann greifen wir da gleich direkt an. So. Dadada, dadada. So, 650. Wir greifen da weiter an. Da, los. Die haben angefangen. Genau. Der Kreis gehört dir. So, dann stelle ich mich da rein in den Kreis, wenn er schon mir gehört. So, und dann kommen so ein paar von ihnen hier. So, wir stellen einen Feuerturm daher. Noch einen daher. So, dann würde ich sagen, oh, ein Zauberer. Ein Zauberer bereit zum Kampf. Das ist gut. Ein Eisjäger. So, dann machen wir zwei davon. So, da können wir nichts mehr machen. Das ist auch gut so. Dadada. Das müssen wir uns holen. Das müssen wir uns holen. Und dann geht es aber los. So, oder wir gehen in die Richtung mal rüber. Aber eigentlich will ich da nicht rüber. Nö, nö, nö. So, da stehen wir noch einen Bauernherr. Noch zwei. So, Kürbis. Ja, können wir zwei pflanzen. So, dann würde ich sagen, ein Feuerturm. Ein weiterer. So, kommt hierher. Sehr gut. So, Banditen. So, holen wir uns das oder holen wir uns das oben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dadada. Dadada. Hm. Ich habe neue Rezepte. Ich habe auch neue Rezepte. Was bist du? Ein Meisterarbeiter. Oh, 40% Gift. Gift. Nicht Gicht. Es wäre gut Gichtwiderstand. So. Nehmen wir alle. Feindgebiet. Ja, okay. Wir müssen es tun. Wir fangen an mit ihm. Dann er. Und los geht's. Super. So, da hinten steht noch einer. So, wir haben noch immer die zwei Heile. Das ist eine gute Sache. Da kommen her. So. Oh, sehr gut. So, in dem Gebiet hier, da halten wir uns gar nicht lange auf. So, alle markieren. Banditen 160. Das ist zum Beispiel ein Bandit. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. So, er hier. Er hier. Ja, mach kaputt. Super. So, wir sammeln uns alle hier. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. So, Monster 800. Ja, ich würde mir gern das da oben holen. Einfach so. So, Monster 600. Banditen 600, meine ich. Okay, wir gehen, wir gehen nach oben. Nach Norden. Vorwärts. So, Baban 900. Komm, schau euch hin. Steigt in der Stärke. So, da sind wir. Egal. So. Da setzen wir gleich ein. So, 940. Gehen wir dann nach unten oder nach drüben? Na, wir markieren nochmal hierher. Da, da, da. Da, da, da. Da haben wir zwei Ritter. Hallo. So, dann wollen wir hier. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen Türme. So. So, super. Dann hätte ich gesagt, noch ein paar Bogenschützen. Und Reitschütze, Eisschütze. Wir nehmen einen Eisschützen. Super. So, was können wir da noch machen? Das da auf jeden Fall. Und ein Schwert dazu. So, und einen Kanonenfeuer-Sachending-Turm. Hierher. Super. So, alle markieren. Puh, da bin ich aufgeregt. Also. So. Oh, wie cool. Oh, Aufstieg. Sehr gut. Das haben wir gern. Noch ein Aufstieg. So, wir stellen uns hier her. Wir haben den Kreis erhobert. Nö, her hier. Super. So, dann würde ich sagen, wir halten uns gar nicht lange auf. Los. Was ist denn das? Reines Gold. Wow. Da brennen doch alle, oder? Ja. Super. Oh, wie schön. Errungenschaft, Errungenschaft, Errungenschaft. Super. Oh ja, der Schatzraum. Es wird immer mehr. Das freut mich. So, Monsterjagd. Das war Ark, der Zorneslord. Gut. Ah, wie schön. So. Passt. Dann danke schön fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.